hallo und willkommen zu einer neuen folge von dispo dead by daylight so ich weiß nicht wie ich gesagt habe, dass ich jetzt Pirke habe, Detektivenmütze also ich sehe, wenn die Überlebenden innerhalb von 4 und 20 Meter im Umkreis sind, dass ich dann die Aura sehe ja, ich bin krank, sehr schön, dass meine Überlebenden, also Überlebende ich sagen muss ich kann euch nicht versprechen, dass ich heute gut sein werde ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, doch mir geht es halt, wie gesagt, nicht ganz so gut aber ich wollte unbedingt jetzt noch aufnehmen, die Folge weil diese Woche war sowieso wieder alles ein bisschen durcheinander und ich wollte eigentlich schon etwas genießen können ich hoffe natürlich auch, dass die Folge jetzt vielleicht gar nicht so schlecht wird und wenigstens mir über das herrschen reicht mir eine gute Haltung wo werden wir hingestickt? keine Ahnung war irgendwas, was ich nicht so gecheckt habe so, also wir spielen wie gesagt eine Runde und nicht wie gesagt, sondern wir spielen eine Runde einfach und dann ich hoffe, ich weiß nicht wie lange es geht ich messe zur Zeit gar keine also ich mache zur Zeit in letzter Zeit nie mehr Timer weil ich bei Dispo auf meinen immer mit halt wenn der Tag zu Ende ist, ist die Folge zu Ende und hier mache ich halt immer eine Runde und die Runde kann mal länger sein und mal kürzer und ja, es kann mal sein, dass zwischendrin einfach mal irgendwas abgehackt ist oder ähm jetzt irgendwie jetzt jetzt was plötzlich weg ist äh war ich wo wo bin ich denn jetzt mit jedenfalls oh Gott, ich bin auf dieser mega schweren Map ah, die ist die ist schon richtig krass Kann ich die einsammeln auf Vorrat? Nein, okay muss immer Okay, hier war niemand dann muss ich hier jetzt lang und meine Töne auch ein bisschen lauter machen hm okay oh shit oh shit, die sind alle beide rausgehangen wow so schnell ging es hier Moment, sie war jetzt irgendwie hier ach, da vorne war sie ach, da vorne war sie ich glaube sie nicht so gut im Space Camp ist ich hab das Fallenstellen da abgebrochen gerade ähm Nein! Ich wusste doch Na komm, mach doch mal diesen Scheiß kaputt nein ah, ich ich hätte warten müssen ähm das ärgert mich natürlich jetzt leicht ja, die werden sich wahrscheinlich jetzt gegenseitig heilen ja, sag ich doch cium le discuss immer glanz manchmal bin ich so mega langsam nur umdrehen einfach doch ja, echt bald voll und Ich hoffe halt insgeheim, das sieht's einfach. Also der erste Generator ist wirklich, sorry, ich bin, ich weiß, ich bin da manchmal mega schweigsam einfach. Aber, ähm, so, da haben wir schon einen zweiten. Ich weiß halt nicht, wie gut sie im Space Camp ist. Oh, wir sehen mal, wir sehen mal. Ich bin reingesinn. Da bist du. Ich seh dich, meine Mutter. Komm, gib doch mal auf. Der war klar, dass sie sich campen, oder? Von demzufolge ist sie dann lieber gegangen. Aber naja. Ähm, immerhin hab ich ein Opfer, das ist doch schon mal schön. Ähm, was sind wir die da? So, haben wir immerhin wieder eine. So, die haben ja jetzt zwar noch zwei Dings, aber... Ähm, so, wie gesagt, heute mein Ziel ist es jetzt... Ich glaube, ich werde dieses Ziel nie erreichen. Das ist halt auch schwer einzuschätzen, hier. Ähm, oh, hier war jemand. Okay. Moment. Hier drin. Ich kann mal hier in den Keller schauen. Ob sich hier irgendwen versteckt. So, da hinten haben wir gehört, was? Ich weiß nicht, ich komme hier irgendwo eigentlich raus. Das habe ich auch einmal total nicht gewusst. Hier komme ich raus, das weiß ich. Das Problem ist, aber du kommst da auch nicht mehr rein. Was ist denn voran? Das ist jetzt... Ah, die Ausgangsturfe sind offen. Super. Ähm. Wo waren die anderen Ausgangsturfe? Ich glaube, die waren da drüben. Ich will jetzt mal da hin. Also, äh, ich werde jetzt keinen mehr erledigen. Sagte sie und fand einen. Wow! Ich weiß halt nicht, ob es Kügel gewesen wäre. Ähm. Ich glaube, er hat sich gleich freigewickelt. Ich vermute, sie wird sich freigewickelt. Ja. Sie wird sich wahrscheinlich freigewickelt. Oder sie ist einfach schlecht. Das war mir aber klar. Moment, andere Richtung. Ich muss die lang gelaufen. Hier lang, hier lang. Hier lang. Ich vermute, sie wird raus sein. Nein. So, sie ist raus. Ich vermute, die werden bei dem anderen Tor dann sein. Aber ich weiß jetzt auch nochmal, wo es ist. Also. Ausbluten? Hä? Hab ich jetzt nicht gecheckt. Ähm. Also, die werden wahrscheinlich bei dem anderen Tor sein. Also, ich werde da jetzt wahrscheinlich hingehen und dann werden die halt, äh. Wahrscheinlich auflauern und sagen, ja, hey, wir wollen nochmal schnell dieses Ablenkmanöver, also noch zusätzliche Blutpunkte schnell sammeln und, ja. Ja, ich weiß, dass ihr hier drin seid. Ich hab ihn sogar noch getroffen. Das war cool. Okay. Ich hab mein Leben gefunden und da krieg ich auch noch ein paar Blutpunkte und das ist doch ganz schön. Also, ich bin jetzt, ähm, wie gesagt, was mir um mich so gut geht und, ja, es ist halt. Ähm, ja. Und deswegen wollte ich sagen, ich beende jetzt hier die Folge und wir sehen uns in einer neuen Folge und bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.